so hallo youtube ja wieder mal ein kurzes unboxing zwischendurch habe ich schon ewig nichts mehr gemacht das liegt daran dass ja ich glaube ich habe mein letztes messer in schafheim gekauft und da gab es ja nicht viel zum auspacken und das war jetzt wieder mal was seit längerem hat dass man was bestellt habe dass mir der post gekommen ist die post war gerade da und ich packe es mal hier mit dem prodech magic aus weil da drin ist auch ein prodech sender habt ihr schon gesehen dfg tools for chance schauen wir mal wie wir da dran kommen also auch so ein bisschen die rabattaktion ausgenutzt die so lang am laufen war wie der flo in usa war und habe mir ein kleines prodech bestellen ja ist auch wieder sowas passend zum letzten thema kleine leichte messerchen für den sommer die man auch mal bei leichterer kleidung kurzen moden und so weiter mit sich führen kann ist jetzt kein vollwertiges messerchen für mich aber nettes spielzeug so schaut es aus ja was mich besonders freut was auch mit dem kaufgrund war haben wir den s 35 vn als stahl weil die meisten prodex haben wir den den 154 cm von dem ich nicht so sehr überzeugt bin aber hier haben wir eben guten pulver metallurgischen stahl und das war auch mit der kaufgrund haben wir auch einen schönen deep carry pocket clip ja ok danke fürs zusehen bis zum nächsten mal und ciao